Hey! Na? Wie geht's dir? Regenheit dazu haben, Marina. Ja, wenn ich das nächste Mal Urlaub hab, aber jetzt ist erst mal schlörst du nicht. Hey! Schlecht! So nach dir! Ich bin unter Nagelqualität, lass ich dich ja ausführen. Tschüss! Tschüss! Sie mit Blondin ein leichteres Spiel hat, oder? Ja, genau. Sie sind aber nicht toll. Okay. Frau Geschäftsführerin. Ist dir doch gesagt, leg dich nie in die Blondin. Ich kann mir keine bessere Geschäftsführerin für unser gemeinsames Label vorstellen. Wir reden später drüber. Ich muss nämlich weiter. Okay. Bis später. Ja. Bis später. Schau mal, Roman. Das Chefin geht ja ganz schön hart. Ah, Time is money. Vorsicht! Weil dich nicht versteht. Ja. Wenn das der Entwurf so gut geworden ist... Entschuldigung. Riechen. Danke. Ich hab dich auch lieb. Danke. Könntest du vielleicht noch mal was auf Französisch sagen? Je t'aime. Willst du es nicht anziehen? Ja. Ich will. Zum Glück... ... habe ich mich gegen Knöpfe entschieden. Ich fand es trotzdem total romantisch. wenn man uns tränkt. Das klingt gut. Willst du vorbereiten? Hm. Nicht nötig. Bis später. Bis später. Ja. Warte. Ich mache als allererstes mein Geschenk aus. Warte. Ich mache als allererstes mein Geschenk aus. Ich denke nicht, dass wir das tun sollen. Das kann ich machen. Ich liebe dich. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017